Publisher, viel interessant. Erstmal, dass es überhaupt einen Publisher gibt. Zweitens, der Publisher ist Kishmish Games. Kishmish Games ist unter anderem bekannt für so Bus-Simulator 2018, so sehr generische Titel. Und deshalb habe ich ein Problem mit diesem Spiel noch obendrein, da nicht wirklich auf lange Zeit Wert darauf gelingen wird, einen guten Titel zu produzieren, sondern stattdessen generische Titel, die mit viel Glück Geld abstauern. Das war's mit meinem letzten Game Design. Eventuell ging das ein bisschen zu lange, muss man ja nicht sein, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen. Haut rein, tödlö.